Aufzählungszeichen in IMPRESS LibreOffice 7.0 Aufzählungszeichen einschalten Öffnen Sie IMPRESS und die bestehende Präsentation Aufzählungszeichen in IMPRESS low70.odp In diesem Abschnitt arbeiten Sie mit der Seitenleiste. Markieren Sie die drei Sätze in der Mitte. Klicken Sie auf das Symbol Aufzählungszeichen umschalten. Die drei Sätze, sind Absätze, werden nun jeweils mit einem Punkt Aufzählungszeichen dargestellt. Klicken Sie wieder auf das Symbol Aufzählungszeichen umschalten. Der Text wird wieder ohne Aufzählungszeichen dargestellt. Aufzählungszeichen positionieren In diesem Abschnitt arbeiten Sie mit dem Menü Format Listen. Zum Einrücken eines Punktes auf eine niedrigere oder höhere Ebene betätigen Sie die Schaltflächen mit den Pfeilen nach rechts oder links. Wählen Sie im Menü Format Listen Ebene niedriger verschieben. Wählen Sie im Menü Format Listen Ebene höher verschieben. Wenn Sie im Menüo Format Listen Ebene höher verschieben, Vielen Dank.